So, das lief doch gar nicht mal so schlecht im Verhältnis. Ich schmeiß mal den Loot runter. So, das auch alles. Ja, das kann alles runter. Und dann packe ich hier die wieder hin. So, haben wir sie wieder griffbereit. Und dann würde ich sagen, wir craften mal eben weiter. Denn die Armbrust, die hier lag, da wollte ich mal schauen, habe ich die jetzt schon abgegradet oder nicht? Ich habe sie mir nämlich nicht weggestrichen. Nee, habe ich nicht. Zwölf Eisen. Beziehungsweise ich nehme einfach mal ein Stack Eisen mit. So. Ich glaube aber, wir können das sowieso nur noch einmal upgraden. Meine ich. Wurzel war das und was noch? Wurzel und Holz. Gut. So, Holz. Ein Stack. Und Wurzeln sind hier bei Sumpfholz. Hör da mit. So, schleppen wir uns rüber. Ja, hätte ich die Barre mal hinwerfen können, aber was soll's? Vor allem dachte ich mir, es ist so praktisch, die Schmiede hier hin zu machen. Dann können wir eben mal runterkommen und hier reparieren. Und jetzt haben wir überhaupt nichts in unserem Inventar. Was wir reparieren müssen, was von der Schwarzschmiede kommt. So, aufwerten. Max Pally, sehr gut. Das stand auch noch an. Dann streiche ich das mal eben alles fix. Also, wir haben die alte Armbrust durch. Wir haben die Federumhänge noch offen. Dann stimmt. Die verbrannten Pfeile und Bolzen. Da wollte ich auch ein paar herstellen. Verkohlter Pfeil. Da brauchen wir Knochen, Federn, Ascheholz. Und die Bolzen wahrscheinlich genauso, ne? Ja. Nur in anderem Verhältnis. Also, Aschenholz. So. Das normale Holz kann ich wieder wegpacken. Das Eisen schmeiße ich mal hier runter. So. Dann Knochen. So. Die... Das Sumpfholz hier rein. Sehr gut. Und Federn. Keine Ahnung. Da dachte ich mir, machen wir so... Mal schauen. Vielleicht ein Stack voll, ne? Jeweils. So. Ja. Ich glaube, das passt. 80 und... 100. Und dann nehmen wir auch noch die. Ach. Natürlich. Ascheholz. Und eventuell auch das andere, ne? Habe ich gerade gar nicht geguckt. Weiß nicht, ob wir da mehr Knochen brauchen. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe nicht. Ne. Wir brauchen nur zwei jeweils. Ähm. Das ist richtig. Die Bolzen. Und dann davon auch nochmal jeweils... nochmal einen Hunni, ne? Würde ich sagen. Kostet ja nix. So. Perfekt. Dann haben wir die auch fertig. Die dazu und die dazu. Sehr gut. Nur noch die Federumhänge, ne? Stehen an. Und von den... Ach ja. Eine Sache fiel mir ebenfalls noch ein. Oh. Ist das gar nicht satisfying, dass wir das alles abschließen können. Und zwar... Wir haben den Ask... Askwin-Umhang für Ask. Wir haben den Flammkern... Den Aschen-Umhang für... Die Flammkern-Rüstung. Und wir brauchen noch einen Umhang für... Embla. Und da gibt es ja natürlich nur zwei zur Auswahl. Entweder den Aschen-Umhang. Aber... Der hat Angriffsausdauer verbraucht. Und Blocken verbraucht. Das passt überhaupt nicht zu Embla. Deswegen würde ich auch hier... Die... Ask... Den Ask-Umhang nehmen. Muss er denn? Müsste der nicht da irgendwo in der Nähe sein? Da oben. Na komm, wo bist du? Oder gucke ich hier falsch? Der war doch auch hier, oder nicht? Askwin-Sattel. Ne, dann war er wohl hier. Feder-Umhang. Sag mal... Da ist er doch. Askwin-Mantel. Sehr gut. Äh... Sehne haben wir. Und... Wo sind sie? Hier. Auch die haben wir. Der war ja Gott sei Dank nicht so teuer. Gott sei Dank. Einmal herstellen. So. Und aufwerten. Das kostet jeweils nur das. Easy. Ne? Ausweich-Ausdauer-Verbrauch. Das passt viel mehr. Sehr gut. Haben wir das auch. Und dann kann ich die heute wieder reintun. So wie die sehnen. So. Sehr gut. Und dann können wir den ganzen Stuff nach oben bringen. Mh... Halt! Stopp! Wie ich mich die ganze Zeit nochmal verbessern muss. Hä? Backt der wieder fest? Sie? Plus die? Was ist denn los? Hä? Eine Ahnung. Gut. Viel Spaß beim da rumchillen. Ich nehme das Eisen und packe es hier wieder rein. Wir brauchten, das hatte ich mir ausgerechnet, 90 hiervon. Und wir haben noch ordentlich Erz gefunden, oder? Ja, aber ich glaube nicht genug. Hier haben wir noch einen Zwambo. Schmeiß ich mal an. Und hier liegt außerdem noch was. So. So. Und hier. Dann da rein. Und natürlich hier rein. So. Und dann warten wir einen Moment. Hier ein. Und hier ein. Sehr gut. So. Wie viel haben wir denn? Wir haben 20. 90. Ja. Brauchen noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir brauchten 90. Das habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Dann haben wir nämlich die Flammkernrüstung auch auf max. Ne? Und dann hätten wir fast alles durch. Ist ja richtig nice. So. Ich streiche mal kurz den Shit weg. Das hier. Das hier. Den alten Kram sind wir durchgegangen. Alles super. Dann bringe ich das mal alles oben an. Was wir jetzt hier haben. Und wir brauchen außerdem noch zwei neue Halterungen. Auch das habe ich mir aufgelistet, wie wir das jetzt handhaben werden. So. Und Metallteile sind hier. Zwei. So. Und hör damit. Mit dem ganzen Stuff. Kein Platz im Inventar. Dann schmeiße ich kurz in unsere Garderobe. Das, das, das. Das, das, das. Passt schon. Ich finde das schon wieder. Was gibt es denn da noch? Ach da. Die Bolzen. Gut. Nach oben. Und die Pfeile und Bolzen können wir dann ja direkt in die Dinges packen. In die Kiste hier. Oh. Silberpfeil, Eisenpfeil. Ja, was soll ich mit dem ganzen Stuff? Die hier habe ich auch schon übereinander gepackt. Die Silberpfeile kann ich so machen. Dann die so. Die hier. Chitin Pfeil, Chitin Bolzen. Und hier dann die Bolzen und die Pfeile. So. Ja. Sehr gut. Hier drin. Ach ja. Die ist ja auch noch da. Gut. Aber das ist eigentlich Wayne. Bin ich ehrlich. Ähm. Dann den Dreier. Und den Dreier. Ich mache mal den Zweier. Hier dran. Weil die Rüstung werden wir nicht mehr nehmen. Also mache ich hier Acht. Und hier mache ich. Den hin. Acht. Vorne die Armbrust. Sechs. Dann. Den Schildstab. Oh. Der ist ja gar nicht repariert. Ja. Egal. Der kommt auf die Drei. Der hier auf die Vier. Auf die Eins. Und auf die Zwei. Eins. Oh. Ups. Nein. Das wollte ich nicht. Äh. Ja. Jetzt habe ich unseren Stab genommen. Warte mal. Das sollte ich nicht tun. Weil die hier sind repariert. Sechs. Sieben. Und hier die Acht. Dann. Nochmal. Den Umhang. Die. Und die. Sechs. Sieben. Acht. Und den. Sieben. So. Perfekt. Dann haben wir hier noch ein paar Waffen rumfliegen. Und das sortieren wir jetzt mal ein bisschen anders. Denn. Diese. Beiden. So wie auf der Seite. Diese Beiden. Muss ich neu machen. Weil es sind. Doch tatsächlich. Nicht. Zwei. Pro Ding. Also. Pro Rüstungsständer. Sondern drei. Einer kommt in die Mitte. Einer hier dran. Und einer hier. Obwohl. Warte mal. Die drei hatte ich mehr verteilt. Ne. Ja. Ich verteil die mehr. Also. Schiebe ich den doch ein Stück nach hier. Auf das Muster. Also mittig vom Muster so. Ja. Das ist nicht ganz. Aber passt schon. Und hier mache ich jedenfalls nochmal neu. Und hier mache ich jedenfalls nochmal neu. Den und den neu. Der kommt in die Mitte. Da kommt einer hier hin. Und einer dahin. Im gleichen Abstand. So. Und das sortieren wir jetzt folgendermaßen. Der Flammkernstreitkolben passt natürlich sehr gut zu ihm hier. Deswegen kommt die. Speere links. Also kann ich schon mal so machen. Split mir links. Hier. So. Dann. Speere hatte ich immer links. Dann das Schwert auf der rechten Seite. Das heißt hier kommt Nithöck hin. Ja. Nithöck kommt hier hin. Sieben. Und die dicken Äxte in die Mitte. Sieben. So. Sehr gut. Weil die ein bisschen höher könnten vielleicht. Ah egal. Ich lasse die so. So ist es nun mal. Dann hier die anderen Waffen. Das große Schwert und der Streitkolben. Streitkolben hatte ich glaube ich links hingemacht. Und große Schwert. Ja hier habe ich das große Schwert da. Hier habe ich die kleinen Schwert da links. Ja doch die. Das Schwert schon rechts. Ja. Das große Schwert rechts. Also hier. Kommt. Acht. Der Totschläger hin. Und hier kommt. Sechs. Der Kolben hin. Dann noch die. Der Umhang. Der kommt hier rein. So. Und das war es. Ah ja. Na klar. Der Hammer. Der kommt natürlich wieder an das Werkzeugregal. So. Perfekt. So. Und. Hier sind natürlich jetzt noch drei freie Plätze. Da sortieren wir das so. Dass hier der Trollstab hinkommt. Hier der Wurzelstab. Und hier der Dundr. Den haben wir ja noch nicht hergestellt. Und die anderen beiden. Den Trollstab. Und Wurzelstab. Die habe ich natürlich im Inventar. Und. Das Inventar werden sie auch nicht verlassen. Stimmt. Das können wir auch abreißen. Brauchen wir ja jetzt gar nicht mehr. Hm. Keine Ahnung. Mal gucken. Erstmal würde ich sagen. Wir gehen nach unten. Und holen uns unseren Stuff wieder. Hier unten. Hm. Verdammt. Ich dachte. Das trägt das direkt richtig ein. Aber natürlich nicht. So. Dann Salat. Das hier. Und das. Kann ich auch mal wieder auffüllen. Ist Salat ein wenig mal down. Ja. Das sind die letzten beiden Salate. Sehr gut. Und. Und. Hier mache ich mal so. Und nehme mir vier raus. Oh. Alter. Schon wieder. Ist das Grüngemüse down. Dieses ewige Nachkochen müssen. Come on. Aber gut. Wo ist das nun mal in dem Game. Das wäre auch irgendwie boring. So wie bei Minecraft. Wo dann. Das Kochen eigentlich nachher nur noch so ein Ding ist. Was man machen muss. Aber was gar nicht mehr schwer ist. Ist das. Irgendwie so. Und dann hat man sich ein riesiges Feld aufgebaut. Und fertig. Gut. Hm. Ja. Damit haben wir eigentlich sämtliche To-Dos durch. Ich habe mir noch ein weiteres To-Do aufgeschrieben. Ich habe einen Kommentar gelesen. Der hat gesagt. Meine Bude sieht ja überhaupt nicht Wikinger aus. So. So. So überhaupt nicht Wikingerhaft. Und. Warum hänge ich denn nicht überall Schilde auf? So. Wikinger Schilde. So hier an der Wand und so. Und da dachte ich mir so. Hm. Ist eigentlich ein guter Punkt. Und ich glaube das werden wir auch machen. Also nicht jetzt. Aber. So. Also es ist auf meiner To-Do Liste. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ne. Hier so ein Schild hin und da. Und dann. Hier irgendwie. Vielleicht noch so eine. So. Bestimmte Waffen. Ich weiß. Ich habe jetzt zwar sehr viele von den Waffen. Ähm. Zerstört. Aber ich bin ganz ehrlich. Von den Waffen fand ich aber auch keine so schön. Dass ich sie aufhängen würde. Ne. Also. Kein Plan wie wir das machen. So. Ich würde sagen. Die restliche Zeit. Können wir vielleicht damit verbringen. Weiter Richtung Dingens zu gehen. Wie heißt es denn? Hä? Achso. Vier wollte ich. Ähm. Wie heißt es denn hier? Zu dem mysteriösen Ort. Weil. Ich würde brennend interessieren. Was es da gibt. Und da würde ich sagen. Ziehen wir mal ein Stück weiter. War? Ich würde. Mal hier ein Portal. So. Und. So. Und das nenne ich mal. Wir waren bei Not 3 schon. Dann mache ich mal Not 4. Bin ich ehrlich. Also ich weiß. Ich will das natürlich eigentlich vermeiden. Aber. Bei den Aschen landen ist das glaube ich notwendig. Ne. So. Allein wegen Frust. Not Asche 3 einfügen. Not Asche 4. Dann kopieren wir den. So. Nehmen außerdem das Portal hier drin mit. Das brauchen wir gleich auf unserem Weg. Dann können wir die Krone wegpacken. Denn die brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen jede Mana Regeneration die wir kriegen können. Lucky Ratten Item. Ne. Gut. So. Das hier weg. Und die Kapuze aufgesetzt. Und dann würde ich sagen. Let's go. Oder wie spät ist es? Na wir haben schon Nachmittag. Da gehe ich nochmal kurz pennen. Und mache es dann. Sicher ist sicher. Nicht dass wir dann auf halbem Weg. Plötzlich. In. Die Nacht marschieren. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und die Sonne geht ja auch gerade unter. Ne. Ist sie schon? Ne doch nicht. Da ist sie. Wie auch immer. Gute Nacht. Guten Morgen. Und gar keine Zeit vertrödeln. Ab in die Aschen lande. Und weil es natürlich jetzt um diese Uhrzeit wieder richtig dunkel sein wird. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. So. Außerdem hier Notaschen kopieren. Und hindurch. So. Perfekt. Ich würde sagen. Das Portal hier. Baue ich mal. Huch. Baue ich mal doch. Hier in die Dingens rein. Einfach aus Prinzip. So. Und verschiedenes Portal. So. Und das nennen wir Notasche 4. Sehr gut. Dann haben wir das auch connected. Und dann markiere ich mir das auch mal. Not 4. Sehr gut. Und wir sind auch gar nicht so weit weg von dem mysteriösen Ort. Und wenn wir Festungen unterwegs finden. Ihr wisst was das heißt. Die müssen wir abfarmen. Wir brauchen noch dringend Blutsteine. Sogar ordentlich. Genau genommen. Jade und den ganzen Stuff brauchen wir gar nicht mehr. Weil das haben wir jetzt alles schon gemacht. Der ist ja auf Max. Und den. Der hier braucht noch zwei glaube ich. Aber wir müssen auch Dundere noch herstellen. Der kostet einen zum herstellen. Und dann auch nochmal ein paar zum upgraden. Also. Hm. Naja gut. Wie laufen wir denn am cleversten? Wir müssen ziemlich straight dahin. Dann laufe ich mal hier durch die Ruinen. War. Oder ist er über Lava. Ich habe keine Ahnung. Komm. Let's try. Ich habe natürlich Angst. Aha. Und noch eine. Und da fühle ich mich auch gleich viel sicherer. Kann ja nämlich schön verprügelt werden. Während er brennt. Das ist am geilsten. Wenn sie festgewurzelt sind und verprügelt werden. Hey der trifft ja gar nicht. Dreist. Hey bleibst du gefälligst hier? Sonst kommst du genau dann an. Wenn ich gerade angreifbar bin. Und tschüss. So. Hier haben wir Ruin. Da nehme ich Straußenfahren mit. Auch wenn da der Bogenschütze ist. Den mache ich mal kurz platt. Tschüss. Alter. Wieso hat der zwei Feuerbälle ausgehalten? Hä? Das ist doch der Vierer. Wieso hat der das gerade ausgehalten? Zwei Feuerbälle killen den normalerweise. Vielleicht weil es kein Volltreffer war. Kann das sein? Kein Plan. Hier haben wir Straußenfahren mitnehmen. Und Pilze. So. Vorsichtig wegen Lava. Oh Energie-Shade. So. Sehr gut. Hier war ich schon, ne? Ne. War ich noch nicht. Aber hier ist auch nichts. Gut. Dann vorsichtig umschauen. Da ist hier nicht plötzlich. Ich habe es sowieso egal. Ich habe das Gefühl, es ist völlig egal, ob man sich umschaut. Du kannst dich permanent umschauen. In der nächsten Sekunde sind überall welche. Ich sage es gerade und schon kommen wieder welche. So. Und noch ein Hit. Bam. Feierabend. Und ihr kommt auch mal her. Ihr seid ja Gott sei Dank. Habt ja Gott sei Dank eine Schwäche gegen Frost. Dann lasst euch meinen Stab schmecken. So. Und. So. So. Und da ist ein Blut. Und da ist ein Nest. Das mache ich auch gleich mal platt. Aber erst mal er hier. Sehr natürlich. Top-Prio. Tschüss. So. Dann mit einem Feuerball ein paar Mal auf den Boden gekloppt. Ach ja, stimmt. Manche rollen weg, ne? Ich muss aufpassen. Ich laufe mal schnell durch. Damit die nicht in die Lava rollen. So. Aber hier ist, glaube ich, kein Sonderdingens. Nur normale Knochen. Keine speziellen. Gut. Dann haben wir hier ein paar Egges. Die nehme ich auch mit, natürlich. Die gehören ja mit zu unserer Top-Nahrung. Ne? Hier die... Was war das? Ach ja, genau. Die neue Ausdauernahrung brauchte die. So. Aber das war's. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Und wir müssen nach da. Da sehe ich schon das Fragezeichen. Aber nicht zu eilig. Ne? Greed kann tödlich sein, wenn wir in Asche landen. Da bin ich lieber nicht lang. Ich gehe mal hier lang. In der Hoffnung, dass da hinten wir nicht abgeschnitten sind und von Lava umgeben. Das wäre gemein. Aha. Ein Ask-Win. Zwei sogar. Gut. Da brauche ich Support. Schön rein da. Huch. Aura. So. Hier hin. Gruppen sie sich gegenseitig weg. So. Hätten wir das. Energieschild. Scheiße, ey. Dass er auch immer so schnell schießt. Da kam ich gerade gar nicht hinterher. Schneller als sein eigener Schatten. Sag mal. Warum hat der denn... Haben sie die jetzt schon wieder stärker gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Wieso hat der denn eben gerade schon wieder mein Energieschild gekillt? Hm. Kein Plan. Das Gefühl, die sind jetzt noch stärker. Oder ich bin schwächer. Du bist tot. Ja. Hier sind schon wieder tausend Feinde, ne? Aber ich wollte hier eigentlich auch noch den Loot aufsammeln. Außerdem ist hier noch Ask-Win-Stuff. Den will ich auch aufsammeln. Hier, komm. Die alten Ranken. Die helfen mir schon. Da war es gerade laggy. Das heißt, der hat irgendwas gespawnt. Ich hoffe, was Neues. So. Das hier schmeiß ich mal weg. Das schmeiß ich weg. Bam. Verdammt. Ich bin getroffen. So. Ask-Win-Stuff. Her damit. Hä? Mann. So. Hä? Ach, die kommen da von dem Spawner. Ja, da kann ich ja natürlich ewig kämpfen. So. Das bring ich dich mal um. Und sammle hier das Straußenfaden und verziehe mich. Bitte lass mich nicht einen Vollstacker haben. Sehr gut. Ich habe Angst vor der Lama. Und ich gehe mal hier lang. Dann verschanze ich mich hier hinter den Steinen. Und entledige mich der Verfolger. Obwohl. Vielleicht lassen sie auch von mir ab, wenn ich schnell genug bin. Weil hier ist natürlich wieder Tausende kommen könnten. Hier ist noch mehr Straußenfaden. Jetzt wo wir so einen Mangel haben, kann ich es nicht liegen lassen. Da sind noch mehr Feinde und ein Spawner. Ich gehe mal weg. Eine Festung. Nee. Ah, warte mal. Das ist der neue mysteriöse Ort. Wir sind da. Hm. Safe Space. Ist das eine Zwergenbase bitte? Ja. Nee, ne. Oh, schade. Gut. Ja, ich kümmere mich mal kurz um die. Damit wir hier Ruhe haben. Da sind Asquins. So. Tot. Und tot. Und hier rein vielleicht, ne. Machen wir uns eine Base. Bitte sagt nicht, dass hier schwierige Feinde sind. Nö. Sehr gut. Aufgemacht. So. So. Und. Aufgesammelt. Nee, geht nicht. Gut. Dann brauche ich mir hier schnell einen Padel. Ja, ja. Ich habe dich gesehen. Mann. Wow. Der ist Gold. Alter Schwede. Huch. Okay. 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 Moment. Da muss ich kurz. Okay. Nein, verzieh dich. So. Sieben. Und hierher. So. So. So, verprügelt sie. Alter, was geht denn hier ab? Ach, die kommen von dem mysteriösen Ort, ich Idiot. Ach so. Scheiße. Da brauche ich mal fix das Portal hier irgendwo hin. Das war irgendwo oben drauf, ne. Ah. Warum werde ich das nicht zu mir nehmen? Oh. Danke schön. Hä, Digga. Pack das weg. Ja, bin ich am Arsch jetzt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, warte. Ich habe die Idee. Ich mache mal F. Hau ab. Hä? Scheiße. Scheiße. Ich wollte doch schnell irgendwo ein Portal bauen. Das hat aber nicht geklappt. Weil ich muss es natürlich da einbauen, wo sie nicht sind. Egal. Ja, schade. Na gut. Da wurden wir wieder überrannt. Aber da war ich auch ein bisschen unvorsichtig. Hm. Ich gucke mal, ob ich schlafen kann. Kann ich. Dann, äh, gute Nacht. Dann, äh, gute Nacht.